Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Trotz der Winterpause ist ja bei uns auf Schalke einiges los und heute gibt es somit auch hier auf Schalke Insight einiges zu besprechen. Wir blicken auf die aktuellsten Transfergerüchte rund um Darko Shodinov, denn dort gibt es wichtige Updates und es gibt auch Gerüchte rund um einen neuen Stürmer aus Dänemark. Ansonsten haben wir auch das Thema Peter Knebel mitgebracht, denn da gibt es ja nur News dazu, ob er vielleicht schon vorteilig Schalke verlassen wird. Also auch heute haben wir viel zu besprechen. Schaut doch gerne parallel auf Schalke Insight Clips vorbei, auch dort gab es gestern ein neues Video, da kommt heute ein neues Video und jetzt gehen wir hier rein in die aktuellen S04 News. Und wir legen mit einem Thema los, was ich gerne nochmal hier aufgreifen wollte und das ist eine Kritik an unserer Vereinsführung seitens unserer aktiven Fanszene, denn da gab es ja durchaus Verwunderung bei vielen von uns, warum sich Schalke am Freitag gegen Gräuter Fürth nicht an den Protesten beteiligt hat, die aufgrund der DFL-Entscheidung für die Öffnung eines Investorendeals eben dann durchgeführt worden sind in anderen Stadien. Schalke hat ja nicht mit protestiert. Somit waren natürlich auch ein bisschen Fragen aufgekommen, warum Schalke vielleicht nicht mitgemacht hat, warum es keine Plakate gegen den DFL-Deal gab. Und nun haben mal die Schalke-Ultras ihre Meinung dazu geäußert in dem Fanclub-Magazin Blauer Brief. Das wird ja immer vor Heimspielen verteilt und ist auch online verfügbar und dort wurde von der WhatsApp nochmal zitiert Folgendes geschrieben. Auch wenn es Unterschiede zu der Abstimmung vor einigen Monaten gab, lehnen wir selbstverständlich weiterhin jegliche Einflussnahme von Investoren ab. Es war generell überraschend, dass es zum erneuten Voting gekommen ist. Anders als nach der ersten Abstimmung verlautet, wurde im Hintergrund sein, dass der DFL weiterhin an diesem Vorhaben getüftelt, ohne dass die Vereine davon in Kenntnis gesetzt wurden. In diesem Zuge ist es umso kritischer, dass unser eigener Verein im Gegensatz zur vorherigen Abstimmung diesmal mit Ja gestimmt hat, zumal die Stimmung von Schalke gereicht hätte, um das Vorhaben abzulehnen. Und deswegen gab es auch von den Ultras klare Kritik an unserer Vereinsführung. Man vertraut hier Menschen, die einen zuvor dreist, angelogen und verarscht haben. Rückgrat sieht sicherlich anders aus, lieber Vorstand und Aufsichtsrat. Und das ist auf jeden Fall dann eine deutliche Kritik von den Schalke-Ultras und zeigt mal wieder, dass eben die vielen S&4-Fans auch gerne andere Wege wählen, um ihre Meinung klar zu machen. Denn Schalke hat sich auch nicht am Protest beteiligt, weil eben der Zusammenschluss-Fans in Deutschland das natürlich sozusagen als Vorschlag mitgegeben hat, aber Schalke gar nicht dazugehört. Und deswegen hat man sich, wie auch schon zuvor, auch an vorrangigen Protestaktionen nicht beteiligt. Und deswegen war das eben auch diesmal so. Trotzdem ist es natürlich auch etwas überraschend, zumindest ist es die Meinung der Watz, dass die Ultras gerade jetzt auch dem Aufsichtsrat so klar hier kritisieren. Denn der stellvertretende Vorsitzende Sven Kirstein ist bekennendes Mitglied der Ultras. Er war jahrelang für die Choreografien zuständig. Und auch der Vorsitzende Axel Hefer und der zweite Stellvertreter Moritz Dörnemann kennen viele Ultras sehr gut. Und deswegen gibt es dann natürlich auch viele Kontakte. Aber trotzdem gab es eben hier jetzt nochmal eine klare Kritik an der Vereinsführung. Fand ich nochmal wichtig aufzugreifen, eben nachdem es am Freitag ein bisschen Verwunderung darüber gab, warum sich eben Schalke nicht an diesem Protest beteiligt hat. Kommen wir damit nun zu den sportlich wichtigen Themen. Und da geht es ja auch unter anderem um die Zukunft von unserem Sportvorstand Peter Knebel. Denn gestern gab es ja eine Sitzung vom S04-Aufsichtsrat. Es standen viele Themen auf dem Programm, unter anderem Wintertransfers, Kaderplanung, Fehlanalyse der Hinrunde. Aber eben auch die Diskussion darüber, wie es mit der Personalie Peter Knebel weitergeht. Denn laut der WAZ war es auf jeden Fall gestern ein Thema, darüber zu diskutieren, ob Peter Knebel vorzeitig abberufen wird oder nicht. Klar ist auf jeden Fall, wenn es um ein vorzeitiges Knebel-Ende geht, dann handelt es sich nicht um das Jahr 2023. Also das kann jetzt in diesem Klenderjahr nicht mehr umgesetzt werden, weil, und das wisst ihr mittlerweile ja sicherlich alle, Schalkes Vorstand eben nur mit zwei Mitgliedern beschlussfähig ist. Und das wäre eben dann nicht mehr der Fall, weil er Matthias Tillmann erst am 1. Januar anfängt. Aber ab dann wäre es eben auch durchaus möglich, Peter Knebel abzuberufen und keinen Sportvorstand mehr zu haben. Und laut der WAZ gilt es auch als wirklich wahrscheinlich, dass Knebel seinen Posten im ersten Halbjahr 2024 verlieren wird. Laut Sky bleibt Peter Knebel mindestens bis Januar Sportvorstand. Danach ist es aber denkbar, dass er gezielte Projekte bis Sommer angeht, aber dass Ressortsport anders abgedeckt wird. Und apropos Ressortsport, da bleibt es auch bei dem klaren Plan von Axel Hefer und Matthias Tillmann, dass eben Tillmann selber als Vorstandsvorsitzender, als CEO, vor allem verantwortlich für Marketing, Sponsoring, das Ressortsport ebenso übernimmt. Und das ist und bleibt auf jeden Fall der klare Plan. Also es könnte auf jeden Fall gut sein, dass Peter Knebel vorzeitig aus unserem Verein ausscheiden wird oder sozusagen den Posten vom Sportvorstand räumen wird und dann sich eher nur um andere Sachen kümmern wird und dadurch eben dann der Posten vom Sportvorstand nicht besetzt wird. Also es bleibt auf jeden Fall bei diesem klaren Plan von Axel Hefer, dass Matthias Tillmann dann direkt der ganz starke Mann bei Schalke wird. Und dann wäre es eben noch vorstellbar, dass trotzdem noch ein weiterer starker Mann für den Bereich Sport kommen soll, aber eben nicht auf Vorstandsebene. Das wurde ja jetzt auch von verschiedenen Medien berichtet, von BATS, von Sky, von BILD und da gibt es auch mehrere Kandidaten für. Über Marc Wilmerts hatten wir ja bereits gesprochen. Und ich finde es dann immer ganz interessant, dass eben jetzt tatsächlich immer wieder von diesem starken Mann auf Schalke gesprochen wird. Also ich finde es eine Formulierung, die auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise komisch ist, in welche Richtung das dann tatsächlich gehen soll. Was aber klar ist, Peter Knebels aus könnte sofort sein, wenn eben dann der 1. Januar da ist. Es könnte vielleicht auch jetzt schon klar sein intern auf Schalke, dass man das so entscheiden wird und dann wird es keinen neuen Sportvorstand geben. Also es ist auf jeden Fall so, dass Schalke diese Planungen voranführen wird. Ich denke mal auch die Aufsichtsratssitzung gestern ging dann nochmal ganz klar in diese Richtung, um eben auch das weiter vollziehen zu können. Und da bin ich dann wirklich mal sehr gespannt, weil ich bin auch weiterhin der klaren Meinung, dass es nicht richtig ist, diesen Weg zu wählen, keinen Sportvorstand mehr zu haben und dafür Matthias Tillmann die volle Verantwortung plus eben auch die volle Macht zu geben. Da halte ich persönlich nicht viel von, denn noch einmal, das habe ich schon einmal betont, wir sind ein Fußballklub und ein Fußballklub hat einen Vorstand wie bei uns. Und wenn ein Fußballverein ein Forscher hat ohne Experten für den Sport und das ist eben das wichtigste oder der wichtigste Baustein von einem Fußballklub, dann ist das für mich eine Richtung, die einfach überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Deswegen hoffe ich, dass man an dem Plan noch irgendwas verändern wird. Aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, dass das so erstmal umgesetzt werden könnte. Und dann werfen wir natürlich auch mal einen Blick auf das kommende Wintertransferfenster, denn da will ja Schalke nachlegen. Wie auch zuletzt wieder mal berichtet wurde, sucht man ja vor allem auch in der Offensive nach neuen Spielern, obwohl meiner Meinung nach in der Defensive deutlich mehr der Schuh drückt. Aber sei es drum, Daku Shulinov, der steht wohl nun tatsächlich kurz vor einer Rückkehr zu Schalke oder anders gesagt ein Rückholtransfer wird immer wahrscheinlicher. Denn wie die Bild-Zeitung gestern berichtet hat, hat sich unser Sportdirektor André Echelmann bereits mit Schulinov persönlich ausgetauscht. Er ist nämlich zu einem Geheimtreffen in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje geflogen. Was ich ganz interessant finde, es ist jetzt nicht zwingend klar, wann das tatsächlich war. Also ich denke mal, jeder von euch hat gestern das Bild gesehen mit André Echelmann, mit Daku Shulinov plus auch Shulinovs persönliche Assistentin, die auch auf dem Bild zu sehen war. Aber das war eben auch ein Bild aus dem Mannschaftshotel von Nordmazedonien. Also könnte es vielleicht auch sein, dass es dieses Gespräch, dieses persönliche Gespräch bereits vor ein paar Wochen gab, während einer Länderspielpause. Aber was auf jeden Fall klar ist, es ist gut möglich, dass Shulinov zurückkommt. Es gab jetzt mit Beweisfotos auf jeden Fall ein persönliches Treffen, wann auch immer das gewesen ist. Und das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Denn Shulinov selber hat sich jetzt auch nochmal zu einem möglichen Wechsel zu Schalke geäußert. Alle wissen, dass Schalke mein Herzensverein ist. Ich würde gerne mithelfen, eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Darauf hätte ich richtig Bock. Doch das letzte Wort hat der FC Burnley. Was auf jeden Fall klar ist, und das hat auch die Bild nochmal berichtet, Hechelmann und Shulinov stehen seit einem halben Jahr in einem sehr, sehr engen Kontakt. Man wollte ihn auch bereits gerne im Sommer zurückholen. Aber dann erkrankt ja unser ehemaliger Außenstürmer sehr schwer mit einer Blutvergiftung. Hechelmann hat ihn da mal regelmäßig angerufen und hat auch so natürlich dann weitere Pluspunkte für Schalke gesammelt. Und mittlerweile ist ja auch Darko Shulinov wieder topfit. Er hat bei der Nationalmannschaft seine ersten Einsätze wieder gefeiert. Trainiert aktuell wieder voll in Burnley, auch wenn er dort generell keine große Rolle spielt. Aber genau deswegen ist er eben auch verfügbar. Was auf jeden Fall klar ist, und das ist eben auch Schalkes klarer Plan, man will Shulinov erst einmal ausleihen. Ich finde, das ist auch vollkommen richtig so, weil man eben natürlich auch nicht weiß, wie fit ist er tatsächlich oder wie stark wird er eben auch tatsächlich sein. Da macht für mich eine Laie auch auf jeden Fall Sinn. Es geht da vor allem auch darum, wie eine mögliche Kaufoption aussehen kann. Ich denke mal, hier geht es auch unter anderem darum, ob es vielleicht eine Kaufpflicht wird oder nur eine Kaufoption. Ich denke mal schon, dass Schalke ihn nicht ohne ausleihen möchte, um einfach dort eine gewisse Garantie haben zu können, ihn auch fest verpflichten zu können. Das Gute ist, sein Vertrag in England läuft dann auch langfristig bis 2026. Also, es wäre auch durchaus realistisch, ihn über anderthalb Jahre auszuleihen, was für mich auch das favorisierte Modell wäre. Vincent Kompany ist ja bei Burnley Trainer. Er plant auf jeden Fall nicht mit Shulinov. Und deswegen hat natürlich auch der Premier League Verein Interesse daran, ihn zu verkaufen, ihn zu verleihen, ihn abzugeben, damit er eben auch woanders Spielpraxis bekommt. Klar ist auch, laut der Bild, dass die Engländer einen Teil vom Gehalt übernehmen würden. Shulinov selber würde auch Schalke entgegenkommen, sprich weniger verdienen wollen. Und somit sieht es hier auf jeden Fall gut aus. Denn, noch einmal kurz zurück zur Aufsichtsratssitzung gestern. Auch da haben eben Hechelmann und Gerrits ihre Pläne für den Winter vorgestellt. Und da ging es, laut der Bild, eben auch um Darko Shulinov. Und, ganz interessant, sein Berater, Mehmet Esser, hat sich auch noch einmal gegenüber der Watz zu einer möglichen Rückkehr geäußert. Darko hat immer noch Schalke im Herz und würde mithelfen. Allerdings müssten der FC Schalke und der FC Burnley mitspielen. Weil hier nochmal seine klare Aussage, laut Sky ist der Kontakt zwischen Burnley und Schalke wegen Shulinov wirklich eng. Und es gibt zwar noch keinen Durchbruch, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und somit, finde ich, ist der Weg auf jeden Fall vollkommen richtig, hier über eine mögliche Ausleitung zu verhandeln. Ich weiß, einige sehen diesen Transfer möglicherweise kritisch. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man ihn ausleihen kann, einfach um einen solchen flexiblen Mittelfeldspieler zu haben. Unabhängig jetzt davon, auf welcher Position er dann tatsächlich spielen wird. Ich würde einen Transfer wirklich begrüßen. Sehe aber auch deutlichen Nachholbedarf in der Abwehr, was für mich nochmal deutlich wichtiger ist. Aber noch einmal, Darko Shulinov, die fahren nur laufen. Er selber will zurück. Es sieht gut aus, dass er sich hier einigen wird. Und somit könnte es auf jeden Fall ein möglicher erster Wintertransfer werden. Was aber ja auch klar ist, Karel Gerrads wünscht sich einen neuen Stürmer. Und das wurde ja auch jetzt mehrere Male betont. Und da gibt es nur nochmal einen ersten interessanten Kandidaten. Also Schalke will im Winter die Mannschaft verändern. Darko Shulinov soll fürs Mittelfeld kommen. Ein neuer Rechtsverteidiger ist gesucht, plus eben auch ein neuer Stürmer. Für mich ist es aber auch am wichtigsten, einen neuen Innenverteidiger zu holen. Aber gut, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Und nun hat wohl Schalke Interesse an Matthias Quistgaden von Brent B.E.F. Das ist eine Quelle aus Schottland, die das berichtet. Also inwiefern das realistisch ist oder inwiefern auch tatsächlich was dran ist, muss dann jeder von euch selber beurteilen. Klar ist, Karel Gerrads wünscht sich einen beweglicheren Angreifer. Einer, der vielleicht nochmal über die Außenbahn kommen kann. Und da sucht man schon ganz klar auch nach einem Neuzugang. Und da passt eben auch Quistgaden perfekt ins Profil. Und deswegen wollte ich auch mal ganz gerne über ihn sprechen. Denn Quistgaden ist 21-Jähriger Däne. Spielt wie gesagt bei Brent B. Hat dort einen Vertrag bis 2027. Hat in allen Ligaspielen in der Startelf gestanden. Fünf Tore erzielt. Sieben vorbereitet in 17 Partien. Ist eben einer, der mit seiner Größe von 1,74 Meter wunderbar als zweite Spitze funktionieren kann. Ebenso auch mal über die Außenbahn kommen könnte. Und somit meiner Meinung nach, rein von dem, was ich jetzt hier lesen konnte, sehen konnte, genau der Stürmertyp ist, der ins Profil passt, von Karel Gerrads. Was für mich aber dann die ganze Geschichte so unrealistisch macht, sind die weiteren Aussagen. Also man hört, dass mehrfach Scouts aus Gelsenkirchen in Dänemark waren im November, um sich vor Ort ein Bild von Quistgaden zu machen. Gut, das kann auf jeden Fall sein. Es soll aber auch eine offizielle Anfrage von Schalke geben. Zudem wurde auch Kontakt zum Spieler selber aufgenommen. Unter anderem, und das ist ganz interessant, ist nämlich auch der Spielerberater von Quistgaden, unser ehemaliger Stürmer, Ebbe Sand. Also das hört sich erstmal alles ganz gut an und auch vielleicht durchaus realistisch an. Aber das Komische ist, Celtic Glasgow, haben wir ja auch im europäischen Wettbewerb dabei, hat auch Interesse. Und der schottische Meister will den Stürmer unbedingt auf die Insel holen. Und deswegen haben wir jetzt auch den Bogen dahin, warum das Gerücht aus Schottland stammt. Weil eben die Schotten mit Celtic Interesse haben. Und die haben wohl ein erstes Angebot von 4,6 Millionen Euro angeboten an Brian B. Aber die haben es abgelehnt. Und da wurde dann in dem Zuge berichtet, dass vielleicht Schalke sogar die Nase vorn hat. Und das ist halt für mich bei einer solchen Ablöse vollkommen unrealistisch. Klar, hätte man jetzt die Chance, einen solchen Spieler auch über anderthalb Jahre auszuleihen mit einer Kaufoption von 3 bis 4 Millionen. Dann wäre das vielleicht nochmal in irgendeiner Art und Weise was anderes. Aber wenn Celtic selber 4,6 Millionen Euro geboten hat und das hat nicht gereicht, um Brönnbüder zu überzeugen, dann ist Schalke da chancenlos. Und so ehrlich muss man eben auch dann sein. Trotzdem wollte ich das Gerücht im Matthias Quistgarten mal gerne mit reinnehmen. Weil es auch wirklich dann zeigt, dass Schalke wohl tatsächlich auf der Suche ist nach einem genau solchen Stürmertyp. Und wenn man eben dann die Beschreibung und so hört von den verschiedenen Medien, was sich Gerrits da wünscht, dann ist Quistgarten auch tatsächlich der Spielertyp, den Schalke will. Und ich finde, wenn man dann auch genau nach einem solchen Stürmer sucht, noch eher etwas jünger, aber auch schon in einer anderen Liga gezeigt, was er kann mit Potenzial, mit einer gewissen Flexibilität, auch im Angriff, was sein Spiel angeht. Also nicht nur groß, nicht nur schnell, nicht nur physisch, sondern irgendwie von allem so ein bisschen. Dann finde ich, ist das schon ein Stürmertyp, den wir gerne noch hinzuholen können. Aber noch einmal, das habe ich auch gerade schon bei Schulinov gesagt, für mich drückt der Schuh deutlich mehr in der Abwehr. Das sieht man ja auch ganz einfach daran, wie viele Tore wir erzielt haben und wie viele Tore wir kassiert haben. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, das ist für mich am wichtigsten. Habe man dann auch noch die Chance, einen Schulinov zurückzuholen plus einen Stürmer zu bekommen, würde ich das machen. Aber noch einmal, die Abwehr ist deutlich wichtiger. Und abschließend Matthias Quiskladen, super interessanter Stürmer. Ich kann es mir aber aktuell nicht vorstellen, dass Schalke dort im Winter eine Chance haben wird. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Schaut auch gerne auf Schalke Inside Clips vorbei, da wird auch gleich heute Mittag nochmal ein weiteres Video online kommen. Und dann sehen wir uns auch hier im nächsten News Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.